Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. So. Okay. Ja. Nimm mal was, wo ist ich dich hier? Eine Karte gibt's ja auch. Okay. Okay, alles gut. Ach so. Ah, was heißt das? Okay. Okay. Kann man da wieder raus? Okay. So, wir sind hier hinein. Okay. Braucht eine Sicherung. Okay. Gucken wir mal. Ob nicht, ist hier keiner? Teile, Teile, Teile. Okay. Oder? Das. Rot, rot. Nimm alles mit. Wir nehmen wie immer alles mit. So. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Sicherung. Äh, hier haben wir aber noch ein paar Dinger. Immer gerne mit. Und hier noch was rumliegen. Das Leber. Okay, ich bin schon mal gespannt, was wir alles basteln können wieder. Okay, wir brauchen mal. Okay. Ähm, wir wollen jetzt nochmal Waffe wechseln. Okay. Nein, jetzt hab ich Dings genommen. Waffe kaputt. Bist du jetzt ehrlich umgefallen? Oh, er ist mir beim Puttern. Okay. Waffenrad kann man so. Aha. Ah. Hättest du auch vorher mal erklären können. Okay. So, warte mal. Ich bin ja umgefallen. Da muss doch hier noch einer liegen. Ja, da ist mich am Puttern gewesen. Gut dann. Hallo. Okay. Dann gucken wir ja mal. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas? Ist ein Gebrochen drin, ne? Nur einer. Krass. Okay, ich hab ihn trotzdem erwischt. Oh, was hat denn der fallen lassen? Ah, Geld. Okay. Haben wir uns nochmal geheilt. Oh, hier ist ein Finger-Eindeabdruck. Es ist lockt. Wir müssen einen anderen Weg in finden. Hm. Eine andere Tür überprüfen. Okay. Da, hier, komm mal rein. Yo, anyone in... Äh... Taschenlampe anmachen? Oh, oh. Gar nicht gut. Ich will aber... Alles mitnehmen. Sie rette, ja? Nimm mal einen Sieretter mit dir. Okay. Okay. Äh... Hooks... Ah, okay. So kann man ablegen. So. So. So, wie gesteht. Ah. Okay. Äh... Quest-Fähigkeiten. Äh... So, das ist die Fähigkeit zum Ausweichen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Warten mal, kann man die Fähigkeiten einsetzen? Okay. Okay. Bin eingesetzt. Okay. Du tot? Ich will vorsichtig sein. Okay. Es ist blockt. Okay. Oh, ein Maglock. No Expe... Hey! Anyone alive in there? Schlossen. What? Gibt da einer was ein? Oh, der ist stark. Boah, das gefällt mir so richtig geil. So richtig geil. Okay. Alles einsammeln. So, was haben wir hier noch? Oh ja. Ja, alles interessant hier. Kann man eine Runde duschen? So, jetzt ist die Frage, wie können wir basteln? Okay. Sollten blau ich eine andere Waffe nehmen. Kommt her. Ja. Energy drink. Yes. Wir haben sich auch noch platt. Verbrochen. Doppel kaputt. Okay. Aua. Oh oh. Was? Wie kann das sein? Okay. Ein bisschen sehr merkwürdig. Geil, dass es aussieht. Okay, es wird schwer. Können wir eigentlich ablegen. Ist auch kaputt, ne? Ja. Geld, wo ist man denn hin? Na oben. Okay, das ist... Ah, Gott. Können wir was? Leber. Okay. Nimm alles mit, was geht. Muss sein. Wer weiß, was wir das noch brauchen werden. So. Geht's auf. Laut machen. Okay. Hier komm ich nicht rein. Wollte ich das so machen? Ja. Oh, eine schöne geile Waffe. So, das erfährt mich hier noch. Wenn hier noch ist. Ich weiß es nicht. Da geht's runter. Wir gehen mal da lang. Vielleicht brauche ich da erst noch was. Das ist super besser. Jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Alter, ey. Ich will. Die kam ja direkt auf mich zu, ey. Ich will. Ach, Mann. Okay, das kann sehr, sehr, sehr heftig werden. So. Okay. What? Kaputt? Ja, schön weggehauen. Okay, wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie mehr Leben kriegen. Ich glaube, ich habe mir nicht gerade den Besten ausgesucht. Sind da etwa seine Finger krumm? Auch nicht schlecht. Okay, das... Okay. Das kann definitiv was werden, wenn wir nicht großartig Leben haben. Oh, das ist auch kaputt. Oh. Nicht schön. Okay, wir gehen raus. Ich brauche ein Code für diesen. Wieder was suchen. Ist klar. Mit uns nix. Ich wusste, dass hier einer ist. So, wir haben zwei kaputte Waffen. Ein. Hey, tippen Sie bitte her damit. Okay. Okay. Hallo. Okay, ist platt. Okay. Jetzt haben wir wieder eingesammelt. Was haben wir hier? Okay. Okay. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Bisschen essen. Immer gut. Okay. Ich muss da hin. Aber ich will... Die mache ich denn noch nicht. Okay. Oh, da ist mal hier. Was haben wir hier? Dass was kaputt ist. Und da ist noch eine Kiste. Nimm mal gerne mit. Bargeld. Was haben wir hier? Äh. Oh, geil. Alarmbox. Kann man die ausmachen? Der ist aus. Okay. Und eine andere Waffe. Oh, das war knapp. Wir heilen auch noch nicht mal ganz. Okay. Das will ich mir noch behalten. Wir haben noch andere Sachen. Nehmen wir das jetzt noch. Und dann hier. So nicht gebrauchen können. Okay. Aber ich werde mich mir gerne mit. Warte mal. Was ist das denn? Was ist das? Was ist hier dann? Das ist wer unten? Irgendwie unten. Fällt mir hier oben an. Na egal. Okay. Wir werden in jedem Fall ein paar Singer. Was wir vielleicht gebrauchen könnten. Das ist der Weg. Okay. Die sind draußen. Zombies. Und Zombies. Aber wir gehen mal weiter. Okay. Okay, hier geht nichts. Ne, 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 ne. Halt an! Ich will die auch leben! Ich weiß, dass ich sie jetzt gesehen habe. Geh weg! Andrea! Sie waren in der Krasse. Ich habe sie mitgebracht. Nur gib mir die... Nein! Ich werde nicht diesen Dävel in meinem Haus! Oh, dein Haus! Vielleicht hast du den ganzen Bumli in der Zeit, aber das ist noch mein Haus! Du hast mich verletzt. Ich bin zurück. Und du bist noch mein Haus, also gib mir die... Blut! Ah! Gun! Ich bin kein Dävel. Ich habe nur... Ich denke... Emma? Wir haben ein Problem. Unsere Freund hier hat sich befinden. So? Was das bedeutet? Das bedeutet, dass sie ein Bumli in. Wir müssen sie töten! Das ist nicht ein Film. Ich bin nicht töten! Das ist definitiv nicht mein Jobdescription. Oh Gott! Are they turning? Oh... Wir werden sie verletzt. Shoot them! Ich denke, er hat mich verletzt. Michael hat mich verletzt. Und die Schrauben hat mich verletzt. Ich bin ein Idiot. Ich habe mich verletzt. Der Fieber ist weg. Ich denke, du kannst mich verletzt. Ich denke, du kannst mich verletzt. Und die Bumle ist es auch. Aber du bist zu schlafen? Was? Nein, es ist schlafen. Es zeigt, ich... Es zeigt, ich... Nein, es zeigt, ich... Es zeigt, ich... Es zeigt, ich... Es gibt einen anderen, und... Niemand weiß was, was passiert. Und... Ich kann nicht mit meinem Agenten oder meinem Manager. Und ich kann nicht mit meinen Leuten, hier. Ich habe meine Kontakte, vielleicht alle kommen, ja? Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get two minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. I would love to help, but... My hands are tied. Shit! Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! He he he. Skandalow. Oh, Level of the 3. Okay. Okay. Nicht keinen, okay. Okay. Doig West, okay. Was können wir denn hier... Überleben? Da steht das. Lehrer. Oh, man. 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 Oh, du gehst meine Gesundheit wieder auf. rabbis, ich weiß nicht... erst mal eine verteidigung und trotzdem auswählen okay alles klar dann würde ich aber sagen das sehen wir dann in der nächsten folge das euch gefallen hat in den däumen stahl lassen